Wir upgraden heute die Schulsachen von meinem kleinen Cousin. Yo, Lasse, was geht? Was machst du? Fortnite-Spieler, wo ist Update-Tag? Mit was gehst du denn täglich in die Schule? Ist das hier dein Rucksack? Ja, hier mal ein Rucksack. Okay. Aber man könnte besser sein. Der ist ein bisschen älter schon, oder? Ja, kann schon sein. Sick, okay, okay. Großes Mäppchen auf jeden Fall. Aber man sieht hier schon, das Mäppchen ist schon ein bisschen kaputt tatsächlich. Ich habe was für dich. Und zwar habe ich einen eigenen Rucksack rausgebracht mit einem Mäppchen und einem Stift. Oh, was sagst du? Auf jeden Fall besser wie der. Sick, oder? Ja, er fühlt sich qualitätshaft an. Freunde, das hier ist ein Geheimfach. Hier kann man einen Air-Tag reinmachen. Ja, wir haben hier einen originalen Mutterschlappen. Es gibt an der Seite Trinkflaschen auf ganz locker. Vorne haben wir noch ein Fach. Rechts zum Schluss. 10 für 10. Uh, Freunde, das ist der geheime Spickzettel mit einem kleinen und großen 1x1. Ich würde sagen, Lasse, ich schenke das dir. Neuer Rucksack. Vielen Dank. Hoffentlich wirst du jetzt besser in der Schule.